Bis. Dankeschön. Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in den Habichtswald gefahren und fahren hier mal wieder so ein paar Trails. Feiertag, hier ist gerade richtig was los, Blick auf Kassel und ihn blenden wir auch mal wieder mit ein. Ihr kennt das ganze, wir wollen nicht lange labern, gleich geht's auf den Trail und Action. So, unbekannter Weg. Der Trail ist noch neu für mich. Hier, Bibi. Da wollen wir hier mal nicht so ein Tempo fahren. Aber hier ist ja trotzdem was sein. Hier, Bibi. Hier, Bibi. Hier, Bibi. Hier, Bibi. Hier. Hier, Bibi. Hier, Bibi. Hier, Bibi. Hier, Bibi. Wir wartenen noch auf die beweging. Hier, Bibi. Musik 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 So, eine kleine Querverbindung Musik 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 Dann hatte ich dem Lorenz mal meine Kamera gegeben, dass der mal filmt, der kennt den Trail, der jetzt kommt schon. Für mich ist das absolutes Neuland und da wir den an dem Tag nur einmal fahren, hat er das Ganze halt mal gefilmt. Das war's für mich. Das war's für heute. Egal, ich brauche jetzt noch ein bisschen Gas. Leider hat sich die Kamera dann verstellt und wie man jetzt sieht, kann man nicht mehr allzu viel von dem Trail erkennen. Ich habe euch gerne noch mehr von dem Trail gezeigt, der wäre noch ein ganzes Stück weiter gegangen, aber aus der Perspektive macht es dann erstmal soweit keinen Sinn. So, das war es mal wieder für heute, kommen wir zum Ende von dem Video, ein etwas kürzeres mit mir teilweise oder heute neun Strecken und ja, so sieht es ja wie immer aus, wenn die Fahrräder transportiert werden. Ja Leute, ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und bleibt gesund, passt auf sich auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. 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 Gut.